Die Leichtathletik-Weltmeisterin Semenia wurde auf ihr Geschlecht untersucht und man hat festgestellt, sie ist ein Zwitter. Das soll aber nicht vom Doping kommen. Sportliche Frau, die niemals Kinder bekommen kann. Auch ein Traum vieler Männer. Sie kann den Weltmeistertitel wohl nicht behalten, weil sie nicht bei den Frauen antreten durfte. Bei den Männern hätte sie nicht gewonnen. Sie erhält aber den Weltmeistertitel über 800 Meter der Zwitter. Morgen geht's weiter.